Einen wunderschönen guten Morgen am Tag 4 des 34. Chaos Communication Congress. Es freut mich, dass so viele von euch schon hier sind und wir legen auch gleich los, damit wir nicht gleich wieder in Verzug kommen. Mit mir auf der Bühne steht Leander Seige und er erzählt euch etwas zum Thema International Image Interoperability Framework. Kulturinstitutionen schaffen interoperable Schnittstellen für digitalisiertes Kulturgut. Bitte einen großen Applaus für Leander. Vielen Dank. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich sehr, dass, obwohl heute der vierte Konferenztag ist, ihr dennoch schon zum ersten Talk heute hier erschienen seid. Vielen Dank dafür. Ich freue mich und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier meine aktuelle Lieblingstechnologie zu präsentieren, nämlich das International Image Interoperability Framework, dass es erlaubt, interoperable Schnittstellen für digitalisiertes Kulturgut zu realisieren. Ganz wenige Worte zu mir selbst. Ich arbeite in der Universitätsbibliothek Leipzig, bin verantwortlich für den Bereich digitale Dienste und habe aus diesem Kontext heraus mit diesen Dingen natürlich sehr zu tun, aber ich begeistere mich auch persönlich dafür und das führt dazu, dass ich auch das eine oder andere kleine selbstmotivierte private Projekt in diesem Bereich durchführe. Da zeige ich nachher auch noch ein kleines Beispiel. Ich denke, es ist bekannt und viele würden mir zustimmen, dass digitalisierte Bilder heutzutage ein fundamentaler Informationsträger kulturellen Erbes sind. Handschriften, Drucke, Zeichnungen, Gemälde und viele andere Dinge werden auf diese Weise viel besser zugänglich. Früher war dieser Zugang nur exklusiv Forschenden möglich, heute ist das für jedermann möglich und die Originale erfahren dadurch auch einen viel höheren Schutz. Digitalisierung ist nichts Neues, doch bisher war Digitalisierung oft damit verbunden, dass die Daten, die Metadaten und die digitalisierten Bilder selbst in siloartigen Systemen präsentiert wurden, nur kaum mit anderen Daten verknüpfbar waren. Entsprechend schwerfällig intern auch die Prozesse waren, Bilder bereitzustellen und auch immer individuell an die Realisierung des jeweiligen Portals geknüpft waren. Ich habe hier ein Beispiel aus unserer eigenen Bibliothek genommen, eine alte Bibelhandschrift, die ich später noch genauer vorstellen werde, bei der das der Fall war, als dieses Portal gebaut wurde, war es damals ein sehr modernes und fortschrittliches Portal, aber heutzutage kann es diesen Ansprüchen nicht mehr genügen, die heute daran angelegt werden und ja, wie das genau aussieht, kommt nicht gleich dazu. Also hier nochmal ein Sinnbild dafür, wie die Situation oft ist, wie Präsentationen von Digitalisaten im Netz oft realisiert werden. Die Systeme sind isoliert, tragen ihren institutionellen Charakter nach außen und sind ja Zugänge zu den Repositorien, was schön ist, aber sie sind eben nicht interoperabel miteinander. Und diesen Punkt, den adressiert das International Image Interoperability Framework, das speziell für diesen Zweck konstruiert wurde, nämlich einen AP-Layer, einen standardisierten AP-Layer zwischen den eigentlichen Repositorien, also den Speichersystemen für digitalisierte Bilder und die Metadaten zu schaffen. Und diese APIs mit den Präsentationen zu verbinden, sodass die Daten aus verschiedenen Repositorien in verschiedenen institutionell auch nicht gebundenen, also beispielsweise privaten Arbeitsoberflächen virtuos vom Nutzer selbst zusammengesetzt werden können. Die Community um dieses Framework ist recht groß geworden, gebildet wurde sie aus einer Gemeinschaft von der Stanford University Libraries, der British Library und den Bibliotheken in Oxford. Inzwischen ist das sehr stark gewachsen, die Community. In Deutschland ist es vor allen Dingen beispielsweise die Bayerische Staatsbibliothek, die sich da sehr engagiert. Die Universitätsbibliothek Leipzig tut das auch, die französische Nationalbibliothek und viele andere. In der Community finden sich inzwischen sehr viele internationale bedeutende Bibliotheken, Universitätsbibliotheken, Nationalbibliotheken. Auch die Vatikanische Bibliothek stellt ihre Digitalisate in diesem interoperablen Format inzwischen bereit. Es gibt derzeit vier APIs, die spezifiziert sind unter CC BY Lizenz. Zwei von diesen APIs sind tatsächlich erforderlich, um eine Präsentation aufzusetzen. Das ist einmal die Image API, die tatsächlich die Pixel ausliefert und es gibt die Presentation API, die dafür da ist, die Struktur und Metadaten zu diesen Pixeln zu definieren und interoperabel abrufbar zu machen. Weitere APIs kümmern sich dann um das Thema Suche und Authentifizierung, aber auf die gehe ich hier nicht weiter ein, weil das den Rahmen sprengen würde. Das besonders Schöne an diesem Standard ist, dass er auf Linkdata beruht. Die Daten sind typischerweise in JSON-LD abgelegt. Die Identifier für die verschiedenen Dinge in diesen Daten sind in der Regel HTTP-URIs, die also auflösbar sind und auch den Bezug von Metadaten aus verschiedenen Quellen zueinander ermöglichen, völlig unabhängig von ihrer Speicherung. Ganz kurz wenige Worte über die Presentation API, die die Hierarchie modelliert, in der die Metadaten abgelegt sind. Zunächst gibt es da die Kollektionen, die also mehrere Werke zu einer sinnhaften Einheit zusammenfassen. Solche Kollektionen können auch selbst gebildet werden. Forscher können sich ihre eigenen Forschungskollektionen zusammenlegen, die aus Manifestdateien bestehen, die dann Sequenzen von Bildern definieren. Eine Manifestdatei beschreibt also ein Werk, das aus Bildsequenzen besteht. Diese Bildsequenzen sind Canvas-Objekte, also reine Seitenobjekte, die dann durch Inhalte, durch Bilder, aber das können eben auch Texte sein, annotiert werden. Ich gehe noch einmal zu der Slide zurück. Das sieht man hier auf dieser Slide sehr schön, wie dieses abstrakte Canvas-Objekt schließlich mit dem eigentlichen Bildinhalt annotiert wird, was es ermöglicht, dieses Canvas-Objekt eben auch durch mehrere verschiedene Bilddateien und auch Texte, beschreibende Texte, Transkriptionen und vielleicht sogar Übersetzungen zu beschreiben. Die Manifestdateien sind so aufgebaut. Ich habe hier vielleicht ganz kurz mal so einen schematischen Überblick zusammengestellt. Den muss man jetzt nicht genau anschauen, sondern nur beschreiben, wie die innere Struktur in Link-Data-Manier aufgebaut ist und nach dem gleichen Modus sind eben auch die Annotationen, die die Nutzer selbst auch anlegen können in diesen Systemen, strukturiert, sodass es möglich ist, eigene Annotationen in eigenen Speichelsystemen auf Objekte sich beziehen zu lassen, die gar nicht in meinem eigenen Speichelsystem vorhanden sein müssen. Diese Funktionalität ist hier auf dieser Slide noch einmal abgebildet. Es ist also möglich, mit IIIF Präsentationssysteme aufzusetzen, die aus verschiedenen Repositorien, Bilder in eine virtuelle Forschungsumgebung, um diesen belasteten Begriff mal zu benutzen, zusammenzufassen und dann in verschiedenen Annotationsspeichern die wissenschaftlichen Bemerkungen zu speichern. Für die APIs von IIIF gibt es inzwischen zahlreiche Softwareanwendungen. Ich greife hier immer nur ein Beispiel raus, das ich auch gleich noch live zeigen werde. Für die Presentation-API gibt es einige Viewer, die die Digitalisate darstellen können. Speziell erwähnen möchte ich hier den Mirador-Viewer, der multidokumentenfähig ist, also aus verschiedenen Quellen verschiedene Digitalisate zusammenstellen kann und auch über umfangreiche Funktionen der Bildmanipulation und der Annotation verfügt. Die Image-API, die tatsächlich die Bilder ausliefert, ist sehr dynamisch strukturiert. Das heißt, man kann dem Bildserver, der dieser API entspricht, tatsächlich sagen, welchen Ausschnitt aus einem Bild skaliert oder nicht skaliert gedreht und so weiter. Also man kann Bildmanipulationen direkt beim Server auch erbitten, der die Digitalisate dann entsprechend aufbereitet. Und so ist es eben möglich, Digitalisate, die von Institutionen bereitgestellt werden, dynamisch in seine eigenen Anwendungen zu übernehmen. Wie auch bei der Presentation-API gibt es eine ganze Reihe von Softwareprodukten, die Bildserver auf dieser Technologie realisieren. Als Beispiel nenne ich hier den IP-Image-Server. Das ist ein Fast-CGI-Modul für Apache, das unter der GPL-V3 bereitgestellt wird. Und dieser Server ist eben in der Lage, diese Presentation-API umzusetzen. Und das tut er auf der Grundlage von präprozessierten Bilddateien. Dafür legt man Bilddateien an, die über die mehrere Auflösung des Digitalisats enthalten und idealerweise auch schon in Kacheln unterteilt sind, die von dem Bildserver dann dynamisch ausgeliefert werden. Es gibt leider nur eine geringe Auswahl an Software, mit der man solche Dateien zurzeit erstellen kann. TIFF-Dateien lassen sich recht gut mit ImageMagic herstellen, aber für JPEG 2000 ist es schon schwieriger. Da gibt es leider nur die kommerzielle Lösung Kakadu und die OpenJPEG-Implementierung wird, glaube ich, gerade verbessert, um in diesem Kontext auch eingesetzt werden zu können. Beispiel Nummer eins, der Papyrus Ebers, möchte ich kurz präsentieren. Jetzt wird es ein bisschen praktisch, ich zeige ein paar Demos. Der Papyrus Ebers ist eine Schriftrolle, die ist 3.500 Jahre alt, ist sehr gut erhalten und enthält 880 medizinische Behandlungsverfahren. Die Beschreibungen davon aus dem alten Ägypten. Die Rolle hat eine Gesamtlänge von 18 Metern, wurde aus konservatorischen Gründen einst zerschnitten und ist jetzt digitalisiert wieder zusammengefügt worden auf unserer Seite und die ist auch per IIIF abrufbar natürlich und ich zeige nur ganz kurz, wie das funktioniert und auch die Qualität der Darstellung zu präsentieren. Das ist also die gesamte Schriftrolle, die so physisch gar nicht mehr existiert und das Digitalisat hat übrigens, es ist 145.000 Pixel breit und 3.000 Pixel hoch und lässt sich trotzdem hier wunderbar zoomen. Darüber hinaus haben wir über die IIIIF-Funktionalität auch die Übersetzungen dieser medizinischen Rezepte hinterlegt, sodass man hier auch drüber schauen kann, welche medizinischen Verfahren für welche Gebrechen angewendet wurden. So, zur Sicherheit habe ich das hier noch als Slides, das überspringe ich jetzt. Beispiel 2. Der Codex Sinaiticus ist eine Bibelhandschrift aus dem vierten Jahrhundert, die gilt als die erste Bibelhandschrift, die das vollständige Neue Testament enthält und heute sich leider auf vier Einrichtungen verteilt. Der größte Teil liegt in der British Library in London, ein kleinerer Teil liegt hier in der Universitätsbibliothek in Leipzig, die Nationalbibliothek in Russland und das St. Catherine's Monastery in Ägypten besitzen auch noch kleinere Teile des Codex und das ist ein perfekter Use Case eigentlich für IIIF, um aus diesen einzelnen besitzenden Institutionen das Gesamtwerk wieder in einer Präsentation zusammenzuführen und dann plätterbar zu machen. Toppen kann man die ganze Sache allerdings noch dadurch, dass es eine zweite Bibelhandschrift gibt, die in etwa das gleiche Alter hat, den Codex Vaticanus, der, wie der Name schon sagt, im Vatikan liegt und das Schöne ist jetzt eben, dass die Blätter, zumindest die Leipziger Blätter des Codex Sinaiticus bei uns als IIIF bereitstehen und die Blätter des Vatikans auch von den vatikanischen Bibliotheken als IIIF bereitgestellt wurden. So und jetzt kann ich zeigen, wie es möglich ist, in einer IIIF-kompatiblen Oberfläche, die man sich auch selbst aufsetzen kann, sich Digitalisator aus unterschiedlichen Einrichtungen zusammenzuziehen. Ich nehme hier zunächst den Codex Sinaiticus aus Leipzig und lade auch die Manifestdatei des Codex Vaticanus in diese Oberfläche und öffne diese Ansicht hier in dem Mirador Viewer und kann jetzt über diese relativ komfortable Möglichkeit die Digitalisator nebeneinander anzuzeigen, tatsächlich als Forscher an diesem prominenten Beispiel demonstriert, die Digitalisator aus ganz unterschiedlichen Häusern mir individuell in meiner Forschungsumgebung zusammenstellen. Ich rufe mal hier zweimal die gleiche Stelle auf, also inhaltlich die gleiche Stelle, der ist der Beginn des Buches Esther und auch mir als völligen Laie auf dem Gebiet ist das dann auch schon gleich ersichtlich, dass es sich hier offensichtlich um den gleichen Inhalt handelt. So, weiter geht's. Die Folien. Ja, hier nochmal das Sinnbild, um zu verdeutlichen, dass die beiden Digitalisator in diesem Moment von unterschiedlichen Repositorien ausgeliefert werden. Beispiel Nummer drei, das ist eine Demo, die in dem offiziellen Demosystem des Project Mirador zu finden ist, ich schließe mal hier dieses andere Objekt, zeigt eine Handschrift aus Frankreich, aus der, das ist wohl immer wieder vorgekommen, aus der hier eine Illustration ausgeschnitten wurde und diese Illustration sich heute offensichtlich in einer anderen Institution befindet und das Datenmodell von IIIF, das institutionsübergreifende, lässt es eben jetzt auch zu, Digitalisator aus verschiedenen Institutionen auf dem gleichen Canvas, ich hatte es vorhin kurz gezeigt, auf dem gleichen Canvas zusammenzuführen, um den Eindruck des Originals virtuell auch wieder herzustellen. Und weil dieses, weil dieses Demo-System hier so schön ist, kann ich gleich noch ganz kurz zeigen, wie das mit den Annotationen funktioniert. Dafür ruft man hier diesen, kann man hier so einen Bereich aufrufen und dann hier seine wichtige Bemerkung hinterlassen. Und je nachdem, wie das Viewersystem dann konfiguriert ist, kann diese Annotation in eine institutionelle Speicherung gespeichert werden, aber es ist durchaus auch möglich, Forschern Arbeitsumgebungen in Zukunft bereitzustellen, die es ermöglichen, dass diese dort ihre privaten Annotationen, ihre Notizen zu den Werken, an denen sie arbeiten, zu hinterlegen. So, ja, hier habe ich nochmal so einen Ausriss gemacht, in dem man sieht, wie in der Manifestdatei diese beiden unterschiedlichen Digitalisaten und wenn man sich die URL anschaut, auch aus unterschiedlichen Bildservern hier auf der Canvas-Oberfläche zusammengefasst werden. Ein Beispiel kann ich noch benennen, wir haben diese Technologie auch praktisch ausprobiert in diesem Jahr. Es findet jährlich ein Handschriftenkurs an der Universitätsbibliothek Leipzig statt und dieses Jahr war es zum ersten Mal so, dass wir eine virtuelle Arbeitsumgebung den Kursteilnehmern bereitgestellt haben, in der sie virtuell mit unseren eigenen Handschriften, aber eben auch mit Handschriften aus anderen Häusern arbeiten konnten und dann in Gruppen zusammengestellt Annotationen über Handschriften gemeinsam erstellt haben und so ihre Forschungsergebnisse gemeinsam dokumentieren konnten. Das basierte übrigens auf einer Software, die von den Stanford University Libraries bereitgestellt wird und die auch frei verfügbar ist und den Mirador-Viewer, den ich vorhin gezeigt habe, nochmal um Funktionen erweitert. Ich möchte auch wie eingangs angekündigt noch ein kleines privates Projekt vorstellen. Ich habe mittels Wikidata und der Nutzung des Sparkle Endpoints mir hochauflösende Bilder von Gemälden, Zeichnungen und Karten auf meinen eigenen Server gezogen und die dort in IIIF umgewandelt und bereitgestellt und auch durchsuchbar gemacht und auf diesem System kann man sich jetzt eben diese Digitalisator raussuchen und hier kann ich auch noch das Track-and-Drop-Feature zeigen, das jetzt sehr oft benutzt wird oder empfohlen wird für die Einbindung oder die Verbindung von Discovery-Systemen mit Bildpräsentationssystemen, in denen man diese Daten hier abrufbar macht und über dieses Logo sind auch die IIIF-Manifest-Dateien, die man benötigt, um die Daten in andere Workspaces zu ziehen, erreichbar. Vielleicht noch wirklich eine ganz winzige Auswahl. Es haben sehr viele bedeutende Einrichtungen inzwischen, IIIF Digitalisator online gestellt und unter anderem das Metropolitan Museum of Art in New York und die Französische Nationalbibliothek. Aber beispielsweise gibt es auch in der Schweiz ein Handschriftenportal, das die bedeutenden Handschriften, die in den Schweizer Institutionen liegen, zusammenfasst. Auch das ist alles IIIF-kompatibel. Hier sind die Links dazu, wenn das interessiert, der kann das sicher später im PDF raussuchen. Oder die Welcome Library hat auch große Bildbestände. Archive.org unterstützt IIIF inzwischen auch. Das nur ganz kurz als Beispiele von großen Datenpools, die man anzapfen kann, um seine eigenen Präsentationen oder sonstige Projekte, die man mit diesen Daten anstellen möchte, zu realisieren. Die IIIF-APIs entwickeln sich natürlich weiter. In Kürze soll die Version 3.0 der Presentation-API veröffentlicht werden, die zum einen einen Wechsel der Datenmodelle bezüglich der Annotationen vorsieht und auf der anderen Seite aber auch die Unterstützung für Videodaten mitbringen soll. Institutionell gesehen noch zwei Worte zur Universitätsbibliothek Leipzig. Wir haben für uns eine Open Digitization-Policy gefasst, mit der Absicht, die dafür geeigneten Digitalisate in unserem Haus unter CC-Siro oder CC-PD-Mark frei verfügbar zu machen und das auch eben in dieser institutionsübergreifenden, kompatiblen Art und Weise. Unter der hier eingeblendeten URL kann man in unsere Digitalisierungswerkstatt schauen, sozusagen, in der immer die letzten 20 Digitalisate, die durch unseren Digitalisierungsworkflow gegangen sind, live angeschaut werden können. Der eine Hinweis sei mir noch gestattet. Wir führen demnächst einen Hackathon durch in Leipzig, aus dessen Anlass wir auch einen IIIF-Workshop veranstalten werden. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr wissen wollt über IIIF, dann könnt ihr euch unter IIIF.io erfahren. Meine Kontaktdaten stehen auch hier. Vielen Dank und wer noch Fragen an mich hat, da stehen jetzt gleich auch noch ein paar Minuten Zeit. Vielen herzlichen Dank, Leander. Wir haben fünf Minuten für Q&A. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, stellt euch an. Frage an den Signal Angel. Ist das Internet schon munter und hat Fragen? Keine Fragen aus dem Internet. Dann fangen wir bitte mit Mikrofon eins an. Guten Morgen. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage, gibt es Schnittstellen zu Inventardatenbanken wie StarText, HIDA oder Ähnliches? Speziell dieses Produkt, da kann ich keine Aussage drüber machen. Aber ich glaube, IIIF ist ja eine standardisierte, also eigentlich nur die Beschreibung eines Schnittstellenstandards und Systeme, die damit kompatibel gemacht werden sollen, müssten eben Schnittstellen anbieten, die diesen Standard realisieren. Dann machen wir weiter mit Mikrofon eins. Meine Frage ist, das ist ja jetzt ein Standard. Gibt es denn alternative Standards, die irgendwo auch verwendet werden? Weil ich meine, der große Vorteil ist ja, dass wenn das alle verwenden, dass verschiedene Institutionen das machen. Wenn jetzt aber irgendwie in Berlin die Bibliothek anfängt, einen anderen Standort umzusetzen, ist es vielleicht ein bisschen schlecht. Meine Frage, wird das irgendwie allgemein verwendet in der Bibliotheksszene oder gibt es da konkurrierende Standards? Es gibt tatsächlich einen älteren, konkurrierenden Standard. Der basiert auf XML-Dateien und dort ist auch vorgesehen, dass die Daten in der Regel als komplette Bilder ausgeliefert werden. Aber auf diesem technologischen Standard, diese dynamische Auslieferung auf Kachelbasis, die Basis auf Linked-Data-Technologien, ist nach meinem Kenntnisstand so konkurrenzlos im Moment. Wunderbar, herzlichen Dank. Gibt es sonst noch Fragen? Hat sich das Internet mittlerweile gemeldet? Noch immer, die schlafen alle noch. Haben die auch Party gemacht, so wie wir alle. Gut, an den Mikrofonen steht sonst niemand mehr. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Leander. Danke. Vielen Dank.